Herzlich Willkommen zum neuen Video. Ich begrüsse euch Woma Adventure. Jetzt werde ich in die Schweiz reisen und zwar am Montag oder sogar am Sonntag, also morgen und dann langsam hochfahren in die Ostschweiz. Vielleicht noch einen oder den anderen besuchen. Das werden wir sehen. Das Video ist jetzt ziemlich aktuell vom letzten Donnerstag bis heute Samstag. Gut, viel Spass beim Schauen. So, die sind sich Hunde nicht gewohnt und dann kommen sie gleich alle und beschützen ihre Kälber. Sogar die Kälber kommen mit. Das letzte Mal war es noch extrem. Wir sind jetzt zum zweiten Mal am durchfahren. So, ich fahre etwas weiter. Mitten auf der Autobahn eine Ampel. Ja, dafür fast kein Verkehr. Zumindest meine Richtung. Jetzt warte ich hier. Aber nur 30 Kilometer. Ich dachte, bei dem Regen kannst du ein bisschen fahren. So, ich bin jetzt in Caroles gelandet. Caroles, weil die Autobahnausfahrt gesperrt war, um da hinzukommen. Jetzt bin ich halt ein bisschen weiter gefahren. Und jetzt bleibe ich sicher mal eine Nacht hier. Ich habe da einen schönen Pavillon für die Hunde. Für die, die draussen bleiben wollen, weil es regnet ja. Und hier ist gerade so ein Fluss oder Kanal. So, kurze Regenpause ausnützen. Kleiner Spaziergang am Dorfrand. Links der Fluss. Da hinten ist mein Camper. Da steht noch einer. So, jetzt schauen wir mal das Kirchlein an. So, das sieht ein bisschen aus wie in Amsterdam, wo ich ja drei, vier Monate war. Ein Kanal mitten durch die Stadt. So, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das heisst, die Stadtbesichtigung abbrechen und wieder zurück. Und hier geht es um vierten oder dritten an. Ich bin natürlich auf einem anderen Weg wieder zurücklaufen. Das schauen wir uns auch noch an. Die Bäume haben Blüten. Und es riecht richtig schön angenehm. Ja, ich kenne diese Bäume nicht. Sie sind gross und haben schöne Blüten. So, da wäre mein Camper. Die springt da runter, Mann. Also, diese Ingi. Das waren über zwei Meter. Locker, Hocker, he? Nein, ich lasse das zu hoch. Aber man könnte auch woanders durch. Da muss man gar nicht springen. Hey, Ingi, was gibt es denn zum Schauen? He? Danteli? Nämlich da vorne. Das ist ganz ein kleiner Vogel. Die Vogelkenner wissen sicher, was das ist. Sieht man selten, glaube ich. So, ich habe mich in den Camper zurückgezogen. Und diese zwei haben da ein schönes Plätzchen. Ich habe sie angeleint wegen den Leuten. Ich bin ja hier in einer Stadt. Nicht, dass ich da noch Ärger kriege. He? Also, jetzt mache ich, glaube ich, mein Mittagsschläfchen. Oder wieder mal eins. Was soll man sonst tun bei Regen? So, neuer Tag. Ich bin schon am Spazieren. Es hat wieder eine Regenpause. Die ganze Nacht hat es geschüttet. Und halb acht habe ich gehört, es hört auf. Dann bin ich sofort aus den Federn, den Hunden zuliebe. Und jetzt sind wir da am Spazieren durch das kleine Dorf. Ja, klein ist es nicht. Und dann fahren wir dann weiter. So, wir fahren weiter aus der Stadt. Mit diesen schönen alten Steinhäusern. Und das da oben. Wie, weg ist es. So, ich bin jetzt in Mako. Um mautfrei zu bleiben, muss man da durch die Stadt fahren. So, wir machen jetzt eine Pause hier. Schön und flüssig. So, schönes Pausenplätzen gefunden. Man könnte sogar hier übernachten. In Mako. Gleich rechts, da habt ihr gesehen. Nach der Brücke. Man hört zwar ein bisschen die Autobahn, aber ja, man überlebt es. Aber da ist eine super Stelle. Oh, blauer Himmel. So langsam ist das Unwetter vorbei. Mal schauen. Also, der Fluss, das ist die Rhone, habe ich gerade herausgefunden. Tja, und die fliesst vermutlich irgendwann in den Rhein, schätze ich. Aber ich weiss es nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Tja, was da alles so rumliegt. Ja, Wahnsinn. Der Draht geht mitten durch den Baum. Der muss also schon länger hier sein. Der muss also schon länger hier sein. Ja, Angie, hallo. Hopp, hopp, hopp. So, das war es. Eine Stunde etwa. So, ich bin jetzt in Burg und Bres und da gibt es auch eine LKW-Werkstatt. Und jetzt bin ich da rein. Und der hat jetzt mal einen Auftrag geschrieben, damit mein Tacho endlich mal eingestellt wird. Ich hoffe, Sie kriegen das hin. Ja, wir sehen uns dann am Nachmittag. So, zwei Stunden warten. Hallo. Wie das letzte Mal, nur diesmal hat er schon einen Auftrag geschrieben. Also, ich glaube, die kriegen das hin. Die Reifengrösse musste ich angeben. Ja gut, dann warten wir. Ja, Scheisse hat nicht geklappt. Der hat über eine halbe Stunde probiert, ins Steuergerät reinzukommen. Er kam irgendwie nicht rein. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, in Deutschland ging das Flugs und drin waren sie. Ja, ich mache es jetzt halt in Deutschland dann irgendwo. Und hoffe, dass es da dann geht. Zumindest verstehe ich dann die Sprache. Ja, und ich musste wenigstens nichts bezahlen. Weil, ja, wäre jetzt blöd gewesen. So, ich fahre jetzt nach Natuna heisst das. So, jetzt ist es ganz schön gebirgig. Ich muss da über ein paar Bergketten fahren. So, hier am See wird wieder übernachtet. Da vorne gibt es einen Platz. Da kenne ich schon. Da war ich schon ein paar Mal. Da ist ein riesen Teil gekommen. Ich glaube von Österreich. Tja, he. Gross, kein Platz. Vier Sandbleche. Nicht gebraucht. Ja, kein Wunder. Sechs mal sechs. Also, Wasser hat es genügend. Hochwasser. Hier ein Gedenken. An den letzten Krieg. Das brauchen wir nicht wieder. So, neuer Tag. Diese Nacht. Ein riesen Sturm. Wir gehen dann nachher draussen. Gucken das an. Ich habe dann umparkiert. Weil ich hatte Bedenken. Weil da sind Äste runtergeflogen. Nicht, dass noch ein Baum auf mein Wohnmobil fällt. Und jetzt stehe ich ein bisschen gerade. Weil es war Nachts, Abend. Und jetzt schauen wir uns die Dusche an. Ich habe nämlich gerade geduscht. So, also, he. Hier die Tür. Ich habe geduscht. Jetzt stehe ich krumm. Und ihr seht, das Wasser geht da links in die Ecke statt rechts. Aber das macht gar nichts. Man baut einfach da eine Schwelle hin. Weil dann kann überhaupt nichts passieren. Ich schabe jetzt das runter. Ich putze jedes Mal die Dusche ordentlich. Mit dem Schaber und dann noch mit diesem Lappen. Und da oben natürlich das Fenster offen. Und dann passt das. Ja, draussen ist es auch kalt geworden. Und damit sind die Scheiben auch gelter. Und ihr seht hier. Ich habe da leichtes Kondenswasser. Aber das ist nicht schlimm. Dank dem Lüftergerät. Das läuft eigentlich immer. Weil früher waren die richtig ganz nass überall. Und das kann man so lassen. Das trocknet dann wieder. Morgen scheint ja die Sonne. Und ja. Jetzt gehe ich dann raus. So, jetzt gehen wir nochmal zur Dusche. Breitbild. Ich habe sich bereits geputzt. Alles ist runtergeschabt. Es geht eigentlich gut. Und ja, schön abgetrocknet. Da oben lasse ich jetzt noch offen. So geht das bei mir. So, draussen ist es 3 Grad. Drinnen bereits 26. Bin da am Heizen natürlich mit dem Klima. Momentan braucht sie nur 325 Watt. Wobei der Kühlschrank leuchtet auch noch. Der braucht auch etwa 50 und ein paar kleine Verbraucher. Damit halte ich eigentlich jetzt die Bude warm. Und ja, das geht super. Jetzt gehen wir nochmal draussen. Also hier hat der Sturm getobt. Sogar dieses Eisengehitter. Es hat echt schlimm geblasen. Da ist eine Tafel runter. Und hier seht ihr. Die ganze Strasse voll mit diesen Ästen. Und die stand ja hier. Und das Zeug ist da richtig runtergetonnert. Da ist sogar ein grosser Ast. Und deswegen habe ich mich hinter den hier gestellt. Möglichst weit weg von diesem Baum. Aber da hat es ein bisschen weniger gewindet. Wie rechts davon. Ja, so kann es gehen. Also, so ein Ast da. Ist jetzt nicht schlimm. Aber wenn da dauernd wieder was runterknallt. Aufs Wohnmobil kann man ja kaum schlafen. So, da jetzt hat die Klima abgestellt. Temperatur erreicht. Oder manchmal bleibt sie bei 100 Watt. Je nachdem. Und der Verbrauch ist wirklich klein. Jetzt gucken wir die Amperstunden an. Das war am Anfang bei etwa minus 250, als ich angefangen habe. Jetzt sind wir bei 271. Das heisst etwa 20 Amperstunden Verbrauch. bei 24 Volt. Das sind das Doppelte bei 12 Volt. Also 40 Amperstunden. Und wenn die Sonne scheint, dann ist das ein Klacks. Dann kommt das sofort wieder rein. So, und hier können wir das Ganze noch bei der Datenaufzeichnung die letzte Stunde gucken. Ich habe noch Wasser gekocht. Hier ist 0,4 Kilowatt. 0,3. Also nicht allzu viel. Das war jetzt die letzte Stunde. Dann kann ich da noch was anderes einstellen. Die letzten drei Stunden. So, da seht ihr. Da bin ich etwa aufgestanden. Um 9 Uhr spät. Was da verbraucht wurde. Das hier ist vermutlich der Warmwasserbeuler gewesen, der kurz eingeschaltet hat. Aber das ist nichts. Ja, so sieht das aus. Da könnt ihr übrigens selber drauf klicken. Ich habe das beim letzten Video verlinkt. Wenn ich daran denke, mache ich es da wieder. Einfach, dann könnt ihr da ein bisschen rum gucken, was ich so an Verbräuche und Ertrag habe. So, bei Regen kann man ja nur fahren. Oder Schnee. Es hat sogar geschneit. Und ich fahre jetzt mal weiter noch einkaufen. Also es hat geschneit, wie ihr seht. Da oben hat es Schnee. 100 Meter weiter oben. Wir fahren jetzt auf hoch. So, der Schnee ist mir ja egal. Hauptsache es salzt nicht. Ja, jetzt geht es bald Richtung Schweiz. So, jetzt scheint sogar die Sonne. Damit gehen die Solarkäfel schön wieder zurück in meine Batterie. So, ich bin jetzt im Lidl. Vor der Grenze Schweiz. Und man merkt, die Schweiz ist in der Nähe. Und die Leute hier, fast keiner hat eine Maske. Das ist ja ein totaler Unterschied. Weil in der Schweiz ist ja schon lange aufgehoben. Vielleicht wegen dem. Ich weiss nicht. So, ich bin kurz vor der Grenze noch kurz einen Abstecher gemacht. Beziehungsweise weg von der Hauptstrasse. Platz gesucht, um entweder Pause zu machen oder gar zu übernachten. Es ist jetzt Mittag. Und jetzt schaue ich, ob es da vorne noch einen besseren Platz hat. Also, ich bin da einfach mal per Zufall nach hinten gefahren. Um zu gucken. Ja, hier könnte ich stehen. Da stand mal irgendein Gebäude. Interessant. Da könnte ich nach hinten fahren. Eventuell. Und hier könnte ich stehen. Tja, wenn der Schlamm mich verträgt. So, ich bleibe hier. Perfekt. Da steht glaube ich auch gerade. Zumindest die Kabine hinten drauf. Hat sich ein bisschen verwendet. Aber es sieht gut aus. Ja, ich bleibe hier. Da habe ich viel Sonne. Ausblick. Ausser da. Elektropower. Ja, passt. Passt, he? So, ihr seht. Kaum scheint die Sonne. Schon über 2000 Watt. Also ein bisschen über die Endleistung sogar. Das geht dann schnell. Die Batterie wird dann verdammt schnell voll. Also von daher geht das. Null Probleme mit Heizen. Wir sind ein bisschen am Laufen. Runter zur Rhone. Da ist sie doch, die Rhone. Sie führt viel Wasser. Kein Wunder, es ist ja auch Frühling. Und es hat geregnet. So, da unten ist die Rhone. Kann aber sein, dass ich gar nicht so weit komme. Weil alles sumpfig ist. Weil es hat viel Wasser. Jawohl. Da fliesst das Wasser. Wie ich es vermutet habe. Ei, 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 ei. Mal gucken, ob ich da rüber komme. Tja, das ist Natur, he? So muss es sein. Der Weg wird zum Bach vermutlich. Aber trotzdem schön. So, trockene Stelle. Kurz. Ach er je. Da geht's Vollgas, du. Uiuiui, komm ich da durch. Ich will eigentlich zur Rhone. Aber das scheint da schwierig zu sein. Ja. Alles überlaufen, hey. Jetzt ist es ein Sumpfgebiet. Also ohne nassen Schuhe geht das nicht. Oh je, ich glaube, die schwimmen alle, ja. Ah ja, ich gehe rüber. So. So. Ein Fuss ist voll abgesoffen jetzt. Einer ist nass, der andere ist trocken. Das ist der Preis der Natur. So, und pünktlich kommt die Sonne. Das ist ein Teil der Rhone, schätze ich. Aber da gibt's verschiedene Ausläufer. Aber wunderschön, he? Richtig viel Wasser. Das Wasser kommt von überall. Kleiner Fluss. Ich bin jetzt mal mitten durch. Aber hier gibt's kein Durchkommen. Ah, ist schon speziell. Sieht alles so flach aus. Aber irgendwie muss es da doch hoch gehen. So, hier scheint ein Schweinepfad zu sein. Weil man sieht da die Fussabdrücke. Da könnte ich rüber kommen. Die Frage ist, ob ich dann weiterkomme. Ja nun, ich habe ja Zeit. So, ich bin drüben. Also hier muss es richtige Schweineherr irgendwo hart. Aber nachts sind die, glaube ich, aktiv und jetzt nicht. Ja ja, eindeutig. Perfektes Wetter für die. Also so viel Wasser hat es hier sicher selten. 4x4 braucht man hier. Die Wölfe haben das ja. So, jetzt muss ich nur noch da rüber kommen. Oh, da ist noch Stachel gerade. Hey Angie. Das werden wir ja auch noch schaffen. Sumpfig. Angie hat den Ball gefunden. Das ist schön. Das sind Hundeschätze. So, ich bin drüben. Ich habe es geschafft. So, einen Schuh habe ich gewaschen. Jetzt ist er plötzlich nass. Aber der war richtig schmutzig. Lieber Wasser als Dreck. So, wir sind zurück. So wie es aussieht, übernachte ich hier gleich. Es ist jetzt 3 Uhr so, oder 4. Und morgen geht es nach Vernier. Schweiz. Dann wird da übernachtet. Montag zum Denner. Einkaufen. Schweizer Produkte. Und dann geht es langsam hoch. Richtung, ja, Ostschweiz. Ja, super wart ihr dabei. Und ja, wir sehen uns. Vielleicht, ich würde sagen, eine Woche wieder. Jetzt kommen ein bisschen weniger Videos, weil weniger läuft. Weil ich jetzt dann wieder mal eine Pause mache vom Reisen bei meinen Kindern, ja, und Umgebung. Okay, schön wart ihr dabei. Und immer Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.